Vorlage Infobox Musikinstrument Wartung Parameter Klang Beispiel fehlt die Tuba Mehrzahltuben oder Tubas, ist das tiefste aller gängigen Blechblasinstrumente. Sie besitzt drei bis sechs Ventile und zählt in Folge ihrer weiten Mensur und der entsprechend stark konisch verlaufenden Bohrung zur Familie der Bügelhörner. Geschichte Tuba war im Römischen Reich die Bezeichnung für ein Blasinstrument aus Messing oder Bronze. Es besaß die Form einer geraden, langgestreckten Röhre mit schmalem Schallbecher ähnlich einer Fanfare und entsprach wahrscheinlich der griechischen Salpin. Heute versteht man unter einer Tuba das Bassinstrument der Familie der Bügelhörner. Die ersten Tuben wurden in Berlin um 1835 kurz nach der Erfindung der Ventiltechnik entwickelt. Wilhelm Wiebrecht und Karl Wilhelm Moritz erhielten in diesem Jahr ein Patent auf eine Bass-Tuba in F mit fünf Ventilen. Dank ihres vorteilhafteren Klaus und der präziseren Intonation ersetzte dieses Instrument in Orchestern schon bald ihre Vorläufer, den Serpent bzw. das Basshorn und die Offi-Kleide. Im Orchester werden Bass-Tuba und Contra-Bass-Tuba gleichermaßen verwendet. Die Tuba ist im Orchester meistens einfach, seltener auch zweifach besetzt. Ob eine Party mit der Bass- oder Contra-Bass-Tuba gespielt wird, entscheidet meist der Tubist selbst anhand einiger Gesichtspunkte wie etwa der geforderten Tonlage, Lautstärke oder Klangfarbe, dem Wunsch des Dirigenten, der Raumakustik und ähnlichem. Einige Komponisten wie etwa Richard Wagner schreiben die Bauform jedoch vor. Ein Orchester-Tubist muss im deutschsprachigen Raum beide Bauformen virtuos beherrschen. In den skandinavischen Ländern in England und Teilen Amerikas sowie in Australien wird hauptsächlich die Contra-Bass-Tuba in C verwendet. Die Alternative zur Bass-Tuba in F bildet in diesen Ländern eine Erst-Tuba. Im Blasorchester sowohl volkstümlicher als auch symphonischer Prägung werden meist mindestens zwei Tuben besetzt. Wenn diese nicht unisono spielen, befinden sie sich in der Regel in der Oktave zueinander. Im Jazz nahm die Tuba bis ca. 1925 die Bassrolle wahr, bevor sie vom Contra-Bass abgelöst wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg feierte sie im Amateur Dixieland ein Comeback. Technik Das Hauptmerkmal der Tuba ist die starke Erweiterung der Bohrung in einem Verhältnis von bis zu 1.20 Uhr vom Mundstück bis zum Schallstück des Instrumentes. Im Sitzen ruht die Tuba auf den Oberschenkeln des Bläsers bei kleineren Tubisten mit besonders großen Instrumenten auch auf dem Stuhl selbst. Zum Spiel im Stand ist ein spezieller Ständer, ein Schultergurt oder ein Tubargürtel erforderlich. Der Trichter weist in der Regel nach oben und meist leicht nach links bei Ausführung mit Drehventilen bzw. nach rechts bei Ausführung mit Perinettventilen. Die Finger der rechten Hand liegen auf den ersten 3 bis 5 Ventilen. Mit der linken Hand wird das Instrument gestützt und je nach Konstruktion werden bis zu 3 weitere Ventile, die der besseren Intonation dienen, gedrückt. Die Tuba wird mit einem Kesselmundstück gespielt. Die Naturtöne der B-Tuba sind B2B1FBDFBC1D1F1USW, S-Tuba, S1SBSGBS1F1G1B1USW, F-Tuba, F1FCFAC1F1G1A1C2USW. Die in Klammern genannten Töne sind nur bedingt verwendbar, da sie deutlich von den entsprechenden gleichstufig gestimmten Tönen abweichen. Der Grundton oder tiefste Naturton wird auch als Pedelton bezeichnet. Dieser ist nur deshalb auf der Tuba intonierbar, da sie eine weite Mensur aufweist. In der Praxis benötigt der Spieler sehr viel Luft und seine Atemstütze, um die stehende Welle des Grundtons in der Tuba anzuregen. Die Tuba besitzt einen nutzbaren Tonumfang von mehr als vier Oktaven. Seltsamerweise ist die Notationsweise nicht einheitlich. In Deutschland, Italien und England wird klingend im Bassschlüssel notiert. In Frankreich, Belgien und den Niederlanden wird transponierend im Bassschlüssel notiert. In der Schweiz wird transponierend im Violinschlüssel notiert. Bauformen Bass-Tuba In S oder F gebräuchlichste Bauweise hat etwa die gleiche Lage wie der Kontrabass und das Fagott. Kontrabass-Tuba In B oder C größte und tiefste der gebräuchlichen Tuben. Eine sehr weit mensurierte Form der Kontrabass-Tuba in B ist der Kaiser-Bass. Diese Tuba in B besitzt eine Grundrohrlänge von 580 cm. Einschließlich aller Ventilbögen verlängert man die schwingende Luftsäule auf 966 cm. Doppeltuba In BF oder CF Kombination aus Kontrabass und Bass-Tuba Helikon Um den oberkörperliegend gespielte Bass oder Kontrabass-Tuba in kreisrunder Form Reiter-Instrument des Militärs großer sonorer Klang. Susaphon Abwandlung eines Helikons mit etwas größerem und nach vorn gebogenem Trichter. Die Urform des Susaphon mit nach oben zeigendem Trichter Wurde durch Jean-Philippe Susaphilibrass und Big Bands des amerikanischen Militärs angeregt, da Susaph den Bassklang glich besser verteilen wollte. Bombadon bezeichnet heute verallgemeinernd eine tiefe, kräftige Bass-Tuba. Der Instrumentenbauer J. H. Riedel Wien benannte 1820 so seine zwölfklappige Offikleide. Durch Einbau von Ventilen umging er später das Patent von Karl Wilhelm Moritz und kreierte damit ein eng mensuriertes durchgehend konisches Bass-Instrument. Vor allem im volkstümlichen und literarischen Bereich verfestigte sich bis heute diese Benennung. Als Tornister-Tuba wird eine ab ungefähr 1908 verwendete Tuba genannt, deren enge Wicklung ein kleines Instrument ergab, das wegen seiner kompakten Bauweise für Militärmusiker konstruiert wurde. Damit wurde gewährleistet, dass die Regimentsmusiken Österreich-Ungarns ihre Bassinstrumente ins Feld bzw. ins Manöver im sogenannten Infanteriturnista mitnehmen konnten. Als Marsch-Tuba oder Marching-Tuba wird eine Tuba bezeichnet, die den üblichen Bügel aufweist, jedoch ein angepasstes Mundrohr besitzt, um sie auf der rechten Schulter liegend zu spielen, wobei der Schallbecher nach vorne ausgerichtet ist. Diese Bauform wird bevorzugt in der Militärmusik oder in Marching-Bands verwendet. Sub-Kontra-Bastuba in B Dieses Instrument klingt nochmals eine Oktave tiefer als die B-Kontra-Bastuba. Der tiefste Naturten ist das B3. Damit reichen die tiefsten Töne des Instruments bereits in die unterhalb der Hörgrenze liegende Sub-Sub-Kontra-Oktave. Sub-Kontra-Bastuben werden nur sehr selten als Einzelaufträge gebaut. Die Grundrohrlänge beträgt 1160 cm, mit allen Ventilbögen enorme 1932 cm. Kurioses Eine Tuba in gestreckter Form ohne Ventile befindet sich im Musikinstrumentenmuseum Mark Neukirchen. Das überdimensionale Schallstück wurde 1913 von einem Mark Neukirchener Meister als Meisterstück gefertigt. Als Schaustück gedacht wurde das spielbare Instrument auf Festumzügen mitgeführt. Besetzung in Orchester-Formationen Im romantischen Sinfonieorchester sind vielfach ein bis zwei Tuben besetzt. Am 8. Juli 2007 musizierten 286 Tuba-Spieler gemeinsam in Winterstetten statt. Sie stellten damit einen neuen Guinness-Weltrekord auf. Kompositionen für Tuba Kalibi A.H.O. Konzert für Tuba und Orchester Malcolm Arnold Fantasy for Tuba Solo Leonard Bernstein Waltz for Mipi 3 Eugene Boccia Concertino pur Tuba on Ote Orchester O.U.Piano Christa Danielson Capriccio da Camera Concertante Suite Morten Feldmann Durations 3 für Tuba Violine und Klavier Stefan Formny Sonatine für Tuba und Klavier Allegretto für Tuba und Klavier Von Alpha bis Omega 24 Leichte Stücke für Trompete in B und Tuba in C Kurt Geble Tuba Concerto Español John Golland Tuba Concerto O.P. Edward Gretschsen Concerto for Tuba in Brass Band Alarum for Solo Tuba Paul Hindemith Sonate für Bass Tuba und Klavier Josef Horowitz Concerto for Tuba in Brass Band Bertolt Hummel Sonatine für Bass Tuba und Klavier O.P. 81A Bertolt Hummel Drei Bagatellen für Tuba und Klavier O.P. 95A Julius Jacobson Tuba Buffo Concerto for Tuba Tuba Ballet Erland von Koch Monolog No Günther Kochan Sieben Miniaturen für vier Tuben Helmut Lachenmann Harmonika Musik für Orchester mit Solo Tuba Alexei Konstantinovitsch-Lebedev Konzert Amol Wilfried Lingenberg Intermezzo für Tuba und Oggel Jean-Francois Michel Spielstück für Tuba Rodney Newton Capriccio Bo Nilsson Bass for Solo Tuba and Percussion Christoph Penderecki Capriccio Roger Steppte Tuba Concerto Alexander Cerebnen Andante for Tuba or Trombon in Piano Op. 64 Ralph Waffen Williams Concerto for Tuba and Orchestra F-Moll Alec Wilder Sweet No 1 for Tuba und Piano John Williams Tuba Concerto Franz Watz Concerto für Tuba und Blaseorchester Walter Sears Sonatine für Tuba und Piano Hartmut Schmidt Konzert für Tuba und Orchester Mark Hopitz Chapters of Life Konzert für Tuba und Orchester Blaseorchester Welttubatag Im Jahr 1979 rief der amerikanische Musiker Joel Day den International Tuba Day aus, der seit dem Jahr 1982 jährlich am ersten Freitag im Mai begangen wird. Am Welttubatag finden Konzerte, Vorträge und Ausstellungen rund um das Instrument statt. Laut Joel Day findet der Tubist nicht das Maß an Respekt und Anerkennung, das ihm zustehen würde. Die Tuba würde oftmals als unwichtig abgetan und als imposantes Anhängsel angesehen. Siehe auch, Liste von Tubisten. Halten Untertitelung des ZDF, 2020